Das war unser Spiel, unser Vorhang fehl, Geschichte bleibt, die nimmt uns keiner mehr. Ein wahnsinnig umkämpftes Spiel, aber so ist es im Handball, da geht es schnell und da kann eben in den letzten zwei Sekunden nochmal ein Tor fallen und so kann Magdeburg die zwei Punkte mitnehmen. Ja, absolut. Also man hat jetzt gesehen, das ist 15 Sekunden vor Schluss, das ist do or die, entweder er macht den Ball oder der Torabart hält ihn und so hält Yannick Rehn den Ball fest und gibt so seiner Mannschaft die Chance, den Siegtreffer zu erzielen. Und dann mit dem letzten Tor eine Sekunde vor Schluss das Spiel noch zu verlieren mit einem Tor, das ist sehr, sehr bitter. Aber so ist der Sport, für die einen ist es Freude, für die anderen ist es Leid, das gehört nun mal dazu, aber für heute wird das erstmal ganz schön bitter sein. Heide Schmerzer, ich bin sehr glücklich bei Ihnen, dass Sie heute bei uns waren, ich wünsche Ihnen für die anstehenden schweren Aufgaben in der Meisterschaft im EAF Cup und natürlich auch dann bei der Zusammenmannschaft in Japan bei der WM alles Gute, Dankeschön und freut uns sehr, wenn Sie für wieder mal bei uns vorbeischauen. Dankeschön an der Stelle. Vielen Dank.